Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Möglichst alt werden, das ist das Lebensziel vieler Menschen. Aber mit dem Alter werden die Menschen auch hinfälliger und das im doppelten Sinne. Einmal in Bezug auf die Schwäche des Körpers und einmal in Bezug auf die Sturzgefahr. Und um die Folgen geht es heute. Bei mir ist Dr. Peter Flesch, er ist Chefarzt der Geriatrie an der Asklepios Klinik Nord mit den Standorten Heidberg und Ochsenzoll. Und er ist Leiter des Alterstraumatologischen Zentrums in Heidberg. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Sagen Sie uns, wenn ein älterer Mensch stürzt, dann bricht er sich vielleicht ein Knochen, genau wie ein jüngerer Mensch auch. Und dennoch ist es nicht dasselbe. Warum? Es ist ein großer Unterschied. Wenn ein junger Mensch stürzt, nehmen Sie kleine Kinder. Die stehen wieder auf und laufen weiter. Und die Jugendlichen erkennen wir am Pflaster am Knie. Dann die jungen Sportler stürzen, machen riskante Manöver beim Snowboarden, brechen sich in Knochen, sind beim Chirurgen Orthopäden. Und ein Vierteljahr später sind sie wieder auf der Piste. Beim alten Menschen ist es aber was anderes. Wenn der alte Mensch stürzt, stürzt er, Sie haben es schon gesagt, wegen der Hinfälligkeit, wegen einer komplexen Situation, die im Alter auftritt, mit Koordinationsstörung, mit Schwäche des Körpers, mit verschiedenen Funktionseinschränkungen, auf die ich nachher nochmal eingehen kann. Und die dabei auftretenden Verletzungen heilen schlechter, heilen komplizierter. Der Patient hat in der Regel noch Begleiterkrankungen, die auch dazu beitragen, dass der Heilungsverlauf schwieriger ist. Und auch die Operationsverfahren sind unter Umständen wegen der Begleiterkrankungen etwas riskanter. Das klingt lebensgefährlich. Ist es zum Teil auch. Also der Sturz im Alter ist mit einer hohen Mortalität verbunden und er ist mit einer hohen Immobilität verbunden. Und oft ist die Folge eines Sturzes nachhaltige Pflegebedürftigkeit, oft auch der Umzug in ein Heim. Das wissen viele Menschen und deswegen haben sie Angst vorm Stürzen. Deswegen haben sie Angst vor dem, was die Zukunft mit sich bringt, werden vorsichtiger. Einige werden auch unvorsichtiger. Die Vorsicht führt dazu, dass man weniger geht. Wenn man weniger geht, wird man auch wieder immobiler und die Sturzgefahr steigt. Das ist also eine gefährliche Spirale. Und da gilt es, sich auf diese Herausforderungen im Alter einzustellen, zumal immer mehr Menschen alt werden. Und die Sturzfolgen einen immer größeren Raum einnehmen, einmal für das Individuum, für die Familie und natürlich auch für die Solidargemeinschaft. Auf all das müssen wir eine Antwort finden. Und dafür haben wir das Alters Traumatologische Zentrum gegründet. Genau, über das sprechen wir gleich. Aber ich habe erstmal die Frage, was heißt denn überhaupt alt? Ist das, reden wir über 90 Jahre oder reden wir über 60 Jahre? Wir reden über das biologische Alter. Wir reden über das funktionelle Alter, nicht über das kalendarische. Wir hören zwar, dass wir alle immer älter werden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Es werden immer mehr Leute alt, weil die Medizin eine ganze Menge an Fortschritten mit sich bringt. Und heute kann auch ein Diabetiker hochbetagt werden. Aber schon zu Ciceros und Sokrates Zeiten wurden die Menschen 70, 80, 90. Und auch in der Bibel kann man das nachlesen. Wir haben heute eine ganze Menge Patienten, die sind weit über 90. Wir haben Patienten, die sind in den 100. Wir haben Patienten, die kriegen mit 100 eine neue Hüfte, weil sie eine Coxartose haben oder eine Herzklappe ausgetauscht. Das ist machbar. Aber das sind in der Regel biologisch fitte Patienten. Wir haben auch Patienten, die sind mit 60 Jahren schon biologisch sehr viel älter und mit fast einer Generation älteren Patienten von der Funktion und Hilfsbedürftigkeit her zu vergleichen. Also einige unserer Patienten in der Geriatrie sind tatsächlich Anfang 60 und haben einen höheren Pflegebedarf als mancher 85-Jährige. Das ist eine große Spannbreite. Und Sie haben ja auch schon angedeutet, wie viele Krankheiten, Folgekrankheiten, Parallelerkrankungen jemand haben kann, der zu Ihnen kommt, zu Ihnen in Ihr Zentrum. Vielleicht haben Sie ein Beispiel für uns, um einmal zu schildern, einen beispielhaften Patienten mit einem Unfall vielleicht, der dann zu Ihnen kommt, wie das dann abläuft für ihn? Ich will Ihnen mal einen zugegebenermaßen etwas konstruierten Fall vorstellen, in dem einige Konstellationen vorkommen, wie sie aber in der Regel oft gehäuft auftreten und wie sie dann eigentlich nur in der Geriatrie ordentlich abgearbeitet und im einzelnen Detail auch von den Problemen her gelöst werden können. Wir haben, was in Hamburg nicht selten ist, einen alleinstehenden älteren Menschen, egal ob jetzt Frau oder Mann, der hat noch Begleiterkrankungen, hat eine Herzschwäche, hat einen Parkinson, hat einen Diabetes mellitus, hat wegen des Diabetes vielleicht auch eine Sehstörung und muss eine ganze Menge Medikamente nehmen. Der stürzt jetzt in seiner Wohnung und kann jetzt eine Weile keine Medikamente nehmen, kann auch nicht trinken. Weil er da liegt. Weil er da liegt, er kann nicht aufstehen, er ist gestürzt mit seinem Parkinson zum Beispiel, liegt in der Wohnung, kann nicht trinken, nimmt seine Medikamente nicht, ruft, wird am Anfang nicht gehört. Der hat Angst, der kommt in Panik. Die nicht genommenen Medikamente führen zu Problemen, Hochdruck, Herzinsuffizienz, Zuckerfehleinstellung. Er wird irgendwann gehört, die Tür wird aufgebrochen, der Rettungsdienst kommt rein oder durch einen Nachbarn, der einen Schlüssel hat, dann ist es die etwas einfache Variante. Der Patient wird mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht, zum Beispiel zu uns nach Heidberg. Und da wird dann geguckt, wie dringend ist der Fall, weil manchmal zwei, drei Patienten gleichzeitig kommen. Da wird dann jeder Patient, die Aufnahme ist groß, adäquat versorgt. In diesem Fall würde man ihn mit einer Infusion versehen, man würde ihm Schmerzmittel geben und man würde schauen, wo ist das Problem. Nehmen wir mal an, in dem Fall hat sich eine Schenkelhalsfraktur ereignet. Das lässt sich durch eine einfache körperliche Untersuchung rasch herausstellen. Er wird geröntgt werden und dann ist der Chirurg dabei. Und dann wird man gucken, kann man ihn gleich operieren oder das ist der Idealfall oder muss man etwas warten, weil er zum Beispiel blutgerinnungshemmende Mittel einnimmt, wegen eines Herzinfarktes, Schlaganfalls, einer Herzklappe oder was auch immer. Man muss also vorher noch ein umfangreiches Labor machen, wird dabei feststellen, dass die Elektrolyte vielleicht etwas entgleist sind durch das Liegen, die Nierenfunktion sich verschlechtert hat, die Gerinnung noch einige Gegengaben von Medikamenten erforderlich machen, um operieren zu können. Und die Operation verzögert sich um ein paar Stunden oder der Patient hat gegessen, ist also nicht nüchtern. Aber auch da haben die Anästhesisten eine passende Antwort drauf. Und der Patient wird dann anschließend nach diesen Vorbereitungen in den Operationssaal gebracht. Die Fraktur wird versorgt mit einem Gamma-Nagel zum Beispiel oder mit einer Endoprothese. Anschließend kommt der Patient in den Aufwachraum. Danach wird der Patient im Bereich der Chirurgie einige Tage, ein, zwei Tage behandelt und kommt dann sehr rasch in die Geriatrie, damit wir hier mit einer frühfunktionellen Behandlung anfangen. Wir haben bei uns in Heidberg eine interdisziplinäre Station, auf der sowohl chirurgische als auch geriatrische Patienten liegen. Das heißt, der Patient kommt in dem Fall direkt nach der Operation auf diese Station, wo auch Geriater vor Ort sind. Die also Geriater heißt, die also diese Komplexität auch der Krankheiten im Alter im Blick haben. Die altersmedizinischen Ärzte. Also wir haben am Anfang des Lebens die Kinderärzte, am Ende des Lebens haben wir eben die Altersheilkundeärzte, die Geriater. Und das ist eine Querschnittsmedizin, die sich sozusagen mit den gesamten Problemen des alten Menschen befasst. Das ist Pulmologie, Kardiologie, Nephrologie, Gastroenterologie. Also alle Organe. Also alle Organe, die sind, aber vor allen Dingen die Funktionalität, weil es beim alten Menschen darum geht, was kann er noch, kann er stehen, kann er gehen, ist er noch Kontinent, kann er sich selbst versorgen, kann er also zum Beispiel aufstehen, sich anziehen, sich waschen, die Entleerungen selbstständig vor sich nehmen, kann er sich organisieren, seine Medikamente einnehmen. Das setzt auch wieder voraus, dass er nicht dement ist oder nur sehr wenig dement ist, dass er einkaufen kann, dass er planen kann, was brauche ich für den nächsten Tag und so weiter und so weiter. Und dass er sich auch, wenn irgendwas nicht klappt, melden kann, dass er um Hilfe rufen kann. All das sind komplexe Vorgänge und Leistungen, die ein Mensch bis ins hohe Alter erbringen muss, um so alleine leben zu können. Für einen jungen Menschen ist das eine Banalität, eine Selbstverständlichkeit. Das heißt aber, das Ziel ist dann tatsächlich auch, dass der Patient wieder nach Hause kann? Unbedingt. Also der Geriater versucht den Patienten grundsätzlich in die vorbestehende Häuslichkeit zurück überweisen zu können oder entlassen zu können. Ist denn das, Entschuldigung, ist denn das möglich, wenn er sich ein Bein gebrochen hat, also zum Beispiel diese Oberschenkelhalsfraktur, von der Sie gesprochen haben, wächst denn die wieder so weit zusammen, dass der alleine wieder zu Hause leben kann, der Patient? Nehmen wir das Beispiel von dem Patienten, den ich gerade eben geschildert habe. Der Patient erhält einen Gamma-Nagel oder eine Duokopfprothese, je nach Situation der Fraktur. Beide Operationsverfahren erlauben eine sofortige Belastung des Patienten. Das heißt, der Patient kann eigentlich, nachdem er wach geworden ist, kreislaufstabil ist, sofort mit Hilfe der Physiotherapeuten mobilisiert werden, an die Bettkante und zum Stehen gebracht werden. Das wird in der Regel am selben oder am nächsten Tag gemacht. Und das nennt man die Frühmobilisierung. Und die Frühmobilisierung hat große Vorteile gegenüber einer, wie man das früher gemacht hat, zunächst durch geführten Schonung und Bettruhe. Das haben wir völlig verlassen. Der Patient wird heute früh mobilisiert. Das sieht dann im praktischen Fall so aus, dass der Patient wenigstens zweimal am Tag aus dem Bett mobilisiert wird und mit Therapeutenhilfe sich, je nachdem, wie der Zustand das erlaubt, an die Bettkante im Zimmer vorwärts bewegt, dass er an einem Rollator, einem hohen Gehwagen über den Flur geführt wird und dass im Rahmen von Kräftigungsübungen dieser Aktionsradius versucht wird, ständig zu erweitern. Wichtig ist dabei, dass man noch eine Erfahrung bringt, ob der Patient Treppen zu überwinden hat. Zu Hause. Oder ob er in einer behindertengerechten Wohnung wohnt oder in einer Wohnung, die von mir aus auch im dritten oder vierten Stock ist, aber mit Fahrstuhl verbunden ist. Das sind nicht alle Wohnungen. Und gerade in Hamburg gibt es eine Menge ja auch sehr schöne Altbauwohnungen. Viele Menschen leben da lange und gerne und wollen da auch unbedingt, weil das soziale Umfeld so stimmig ist, wieder zurück. Dann ist es manchmal wirklich eine Herausforderung, einen Patienten so fit hinzukriegen, dass er wieder zwei Etagen oder auch nur eine Etage Treppen steigen kann. Das sind immerhin 17 Stufen, 18 Stufen. Das muss der Patient dann schon können. Ja, wenn ich gerade unterbrechen darf, Sie hatten in Ihrem Beispiel am Anfang ja auch davon gesprochen, dass viele ältere Patienten Medikamente nehmen und dass ja dann während des Unfalls dieses Medikamente nicht mehr genommen worden ist und dass die Angst noch dazu kommt und dass das so eine Kette ergibt, so eine Reaktionskette auch im Patienten selbst. Woher wissen Sie denn immer, welche Medikamente er tatsächlich nimmt? Woher weiß er das denn überhaupt? Denn er hat sie ja nicht dabei vermutlich, wenn er zu Ihnen kommt. Was Sie da ansprechen, ist ein ganz komplexes Thema. Wenn ein Patient gut organisiert ist und wenn zum Beispiel zu Hause noch ein Angehöriger ist, dann kriegen wir oft die letzten Arztbriefe mit, dann kriegen wir oft sogar eine Akte mit und Informationen, was der Patient an Medikamenten genommen hat, manchmal auch eine Dosette, in der die morgens, mittags und abends Medikamente aufgelistet sind und möglicherweise in der Dosette auch noch entsprechend platziert sind. Manchmal haben wir auch einen Dosierplan der Medikamente morgens, mittags, abends und dann noch die entsprechenden Medikamente, die vom Hausarzt verordnet worden sind oder die seit dem letzten Krankenhausaufenthalt gegeben werden. Oft kann uns der Patient sagen, wie der Hausarzt heißt, den können wir dann kontakten. Und was nicht ganz selten ist, viele unserer Patienten sind uns bekannt von einem Voraufenthalt und wir haben ja ein gut geführtes Archiv und das ist über die elektronische Datei sehr schnell hier den Patienten aufzurufen über Geburtsdatum und Namen und dann finden wir unter Umständen die Vorbefunde, die Voraufenthalte und können da auf diese Daten alle zurückgreifen. Das ist natürlich nicht bei jedem Patienten möglich. Deswegen ist oft, wenn der Patient selbst nicht ausreichend anamnestizierbar ist, die Fremdanamnese wichtig, aber in vielen Fällen kann uns der Patient auch selbst wichtige Informationen geben. Wir haben da ein bestimmtes Vorgehen, was wir alles abfragen. Dazu gehört die häusliche Situation, die Medikamente, Allergien, Gewöhnungen, Sucht auch. Viele Patienten nehmen Schlafmittel, Beruhigungsmittel und viele Patienten sind ja auch bei mehreren Ärzten in Behandlung. Augenarzt, Urologe, Hautarzt, Nervenarzt, Psychiater und all diese Medikamente in ihrer Gesamtheit müssen berücksichtigt werden. Und wenn das Ziel ist, dass der Patient wieder zurück kann in seine schöne Altbauwohnung, gibt es da, kann man da sagen, im Allgemeinen gelingt das in so und so vielen Fällen oder bei den und den Unfällen klappt das immer? Welche Erfahrung haben Sie da? Grundsätzlich kann man sagen, dass wir ungefähr 15 Prozent unserer Patienten nicht in die vorher gewohnte Umgebung zurück entlassen können. Das heißt, 85 Prozent unserer Patienten können wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren. Bei 15 Prozent ist es doch so, dass man sagen muss, der Sturz ist Ausdruck einer Hinfälligkeit, Sie hatten das Wort eingangs schon gesagt, und ist eigentlich nur Symptom eines Abbauprozesses, der unweigerlich mit einem immer höheren Pflegeaufwand verbunden ist. Und nicht jeder Sturz führt ja zu einer Fraktur. Und eine unserer Fragen an den Patienten ist auch die, wie oft sind Sie im letzten Vierteljahr, im letzten halben Jahr, im letzten Jahr gestürzt? Und dann hören wir, dass er in den letzten zwei Jahren dreimal gestürzt ist und im letzten halben Jahr sieben-, achtmal gestürzt ist. Also auch da kann man aus der Anamnese dann hören, dass die Stürze zunehmen. Viele Patienten sind sehr dünn und mager. Manche sind kognitiv eingeschränkt, sind nicht mehr so gut organisiert, sich essen zu bereiten und ausreichend zu essen, haben im Alter auch weniger Hunger, weniger Durst. Das führt zu Mangelzuständen in der Ernährung und dann auch zu einem Abbau der Muskelmasse. Und das ist der häufigste Grund fürs Hinfallen, fürs Stürzen und dann für die Frakturen. Vielen Dank für die Information. Ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.astlepios.com